Von Peter Pahl stand 29. November 2017 Lesedauer 7 Minuten Ritus für Ratlose Wenn gar nichts mehr geht, geht ein Gutschein Quelle Picture Alliance Paar Themen, die das sei es ist, so deprimierend ans Exi geworden Das Schenken steckt an einer tiefen Krise Und dafür ist die Digitalisierung der Welt verantwortlich Besonders vor Weihnachten wird klar, was er lässt nicht mehr Er geht, vier Wochen noch, und schon wieder hätten wir vergessen Entspannt während des Jahres Geschenke zu besorgen In diesen kleinen, ganz besonderen Läden Annen man beim Flanieren vorbeikam Hab ich entdeckt, als wir in Paris waren Hätte man sagen können und sie hätte gewusst Dass man im August aus freien Stücken an ein Geschenk für sie gedacht hatte Nicht das, denn November aus Pflichtbewusstsein und Konvention Und dann hätte sie gelächelt, hat man einfach nicht geschafft Zu viel los, bis zu Weihnachten war ja noch jede Miengezeit Und wahrscheinlich hätte man auch dabei, wer sagt, sein Geheimnis ein paar Monate Lange in einem Versteck zu verbunkern Ach was, in Wahrheit wird man es einfach vergeigt Wie immer, warum sollte man bei Läden Zeit vertrödeln Nur beiden Weihnachtsgeschenken nicht, also los jetzt, aber was? Und wie Urheberrecht wählten 24 GmbH alle Rechte vorbehalten Die Konsumlauneder Verbraucher ist vor dem Fest blendend Die geplanten Ausgaben für Weihnachtsgeschenke bleiben in Rekordnähe Doch kleinere Händler haben davon gar nichts Denn sie luchten zu wenig Unsere Autorin hasst vieles Am aller meisten jedoch die Geschenkevorschläge für Weihnachten Denn das, was dabei rauskommt, hat mehr mit der Prissung zu tun Als man gemeinhin denkt Jedes Jahr wundert man Schriemsupermarkt Wenn Schriemspätsommer der Spekulations in der Auslage breit macht Teils sei ja schon immer da gewesen Der Hersteller nennen für den Frühstart interessante Gründe Poller, Sandsäcke, Betonteile, Kameras und ein Großaufgebot In Deutschland werden Weihnachtsmärkte aus Angst vor Terror so geschützt wie noch nie Manchen reicht das noch lange nicht Es duftet zwar immer noch nach Glühwein und gebrannten Mandeln Aber unsere Weihnachtsmärkte haben sich stark verändert Und das liegt nicht nur an den strengeren Sicherheitsvorkehrungen